Also Gleichgewichtssinn habe ich gemacht, Teilfähigkeit, Handhabung war erstmal egal, bauen fand ich wichtig, räumliche Wahrnehmung, den und den. Okay, und wie kann ich umziehen, weil ich habe ja, nee, nee, das habe ich schon kapiert, nee, alles klar, schuldigung, nee, hoffnix gesagt, so, wir machen jetzt nochmal einen Generationenwechsel und danach machen wir mal einen Evolutionssprung, einfach damit wir das mal gesehen haben, ich glaube, wir sind bei, weiß ich nicht wie viel Prozent, oh, und wir sind eigentlich auch schon am Ende, weil die zwei Stunden sind voll, uiuiui, warte mal, ich muss mal ganz kurz was lauschen, ich glaube, Frau und Kind schlafen noch, da machen wir jetzt gleich einen Evolutionssprung und dann muss ich aber trotzdem leider beenden, weil die zwei Stunden sind rum, mehr habe ich leider nicht und dann morgen früh nochmal, tatsächlich, weil Krippeneingewöhnung klappt ganz gut im Moment bei uns und morgen wird eventuell auch so zwei Stunden werden, gefestigt, frühe Phase 2, sehr gut, genetische Moderation auch jetzt wirksam, sehr schön, eigentlich müssen zwei, genau, genau, zwei genetische Moderationen, so, wir sind jetzt einiges an Leuten und jetzt möchte ich gerne einen Evolutionssprung machen, damit wir das auch schon mal gesehen haben, ja, die sind alle wirksam, das ist sehr toll, so, Evolution, wir sind bei 7% Leistung, wir können es aber machen, ich mache es jetzt auch einfach, weil, was soll passieren, wenn du dich durch die Jahrhunderte weiterentwickelst, werden alle spontanen neuronalen Mutationen verschwinden, die nicht von Erwachsenen oder Kreisen weitergetragen werden, aber diese Neuronen können in zukünftigen Babys wieder auftauchen. Äh, ja, nee, bei mir sind alle Mutationen aktiv, also kann ich das machen, nö, ich mache das jetzt. Was soll schon passieren? Plus 24.000 Jahre, okay. Noch mal. Hier ist es zweimal Kanitfelsen, ja. Vorzeitig, plus 10.000 Jahre. Nährstoffe Steinfrucht, okay. Man läuft ja hier wie die Sau. Mhm. Schwesterbögen, ja. Habe ich auch. Hm, Eigenschaft, ja, habe ich auch. Ja. Okay, die zu den Evolution, dauert ja ganz schön, nö. Zweimal Optimian, habe ich auch gemacht. Boah. Dauert aber krass lange jetzt. Ach, vorzeitig heißt hier, ich habe das vor der eigentlichen wissenschaftlich belegbaren Zeit gemacht, ne. Oh, das ist gut. Ich bin, bin meiner Zeit sehr voraus. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich glaube, wir sind gleich durch, oder? Nun, alle Entwicklungen, ja. Phase 1 habe ich gemacht. Phase 2 habe ich auch. Alter. Stimmt, den Smaragd habe ich auch gefunden. Gucken, ob der noch da ist. Mhm. So, 18 Leistungen, keine Erfüllung. Aha, Leistungsjahre in der Wissenschaft, 531.000. Vorzeitig Bonus haben wir 72 und Erfüllungsjahre habe ich gar nichts. Du entwickelst dich schneller als die Wissenschaft. Ja, 72.500 Jahre sind wir schneller. Bis jetzt sind wir 603.000 Jahre weitergeflogen. Drei Tode. Oh, toll. Echt jetzt? Zehn Geburten, das gibt aber ein Plus. Echt, drei Tode ziehen 75.000 ab? Na, immerhin bin ich noch schneller. So, du entwickelst dich schneller als die Wissenschaft. Du bist in der Zeit vorangerückt. Zu 9.421.013 Jahren vor heute. Und wirst nun in die Welt zurückgeschickt, um dich deinem Stamm anzuschließen. Fabulös. Okay, wir sind an einem neuen Ort anscheinend. Sieht zumindest so aus. Okay, Evolutionssprünge. Die kann man machen. Vielleicht ein bisschen mehr Sachen noch sammeln. Wie viele sind wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mit mir sind es elf, ne? Wir sind ein Jüngling. Hier gibt es ein bisschen was zu fressen. Wo ist denn hier das Pendeln? Jetzt mal wieder alles analysieren, was in dem Nagel fest ist. Oh, Bienenstock haben wir hier auch wieder. Da weiß ich noch nicht, wie wir die sammeln können. Bin noch nicht drauf gekommen. Vielleicht mit dem Stock oder sowas. Ja, haben wir keine Betten, die müssen wir hier erst bauen, ne? Oh, da ist irgendwas unbekanntes. Oh, was Neues. Hallöchen. Es ruckelt aber ein bisschen, ne? Granit. Hallo, da drüben hin. Okay. Der war falsch. Schön daneben gezielt. Mit dem kleinen Stück. Ah, okay. Also von diesen Dingern, woraus wir Betten machen können, ne? Wahrscheinlich haben wir aber keine Betten. Müssen wir die jetzt bauen? Okay. Okay. Äh, boah. Ich darf mich jetzt nicht hier dran festhalten. Okay. Okay, wir müssen also Betten bauen. Anscheinend. Okay, mal ein Stück. Na, den da oben, Mann. Irgendwie ruckelt es hier mit der Maus so ein bisschen. Das ist, äh, nicht so geil. So. Okay, so. Hier haben wir noch irgendwas Unbekanntes. Äh, ruckel, ruckel. Wo ist es denn? Da. Inspizieren. Seerogen. Ähm, weil... Äh, 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 wir einen fast zwei Jahre alten Sohn haben. Und, äh, Kinder brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit. Und, äh, meine Frau und ich haben uns darauf geeinigt, dass sie montags und mittwochs zwei Stunden für sich hat und machen kann, was sie will. Und ich habe, äh, dienstags und donnerstags zwei Stunden für mich und kann machen, was ich will. Und, äh, deswegen zwei Stunden. Immer und dienstags und donnerstags. Je nachdem, wie ich arbeiten muss, morgens oder abends. Beziehungsweise vor mir das oder nach mir das. Und, ähm, jetzt wird sich das ein bisschen ändern, weil jetzt fängt er an, in die Krippe zu gehen. Wir machen diese Woche gerade die Eingewöhnung. Die klappt ganz gut und ob nächste Woche wieder wohl komplett da bleiben können. Wir haben hier kein Bett und nix. Ähm, ich baue mal schnell ein Bett noch. Damit wir so ein bisschen, sag ich mal, speichern können. Ich weiß nur noch nicht, wohin. So dicht ins Wasser. Vielleicht hier so. So. Und, äh, ja, deswegen halt zwei Stunden, ne? Wo jeder dann machen kann, was er gehen möchte. Und der andere besprach sind jetzt das Kind. Und die restliche Zeit bin ich entweder arbeiten, äh, schlafe vorzugsweise. Und das auch vorzugsweise nachts. Oder wir verbringen halt gemeinsam Zeit, ne? So, schon fertig. Ein Bettchen gebaut. So, ich schmeiß mich mal. Bin ich ein alter Affe? Ich bin ein alter Affe, oder? Bin ich ein alter Geist? Ne. Oder wir paaren uns mal eben schnell, dann haben wir schon mal ein Kind. Äh, lass mich mal gucken. Wer ist denn hier ein Weibchen da? Die ist fruchtbar. Dann machen wir doch mal schnell. Zumindest schon mal ein Kind. Wir können ja gleich zwei machen, eigentlich, ne? So, Partner rufen. Paaren. Machen wir ganz schnell noch zwei Kinder, weil dann bin ich echt schon lange drüber. Dann ist das zumindest schon mal fertig. Dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, wir müssen Kinder machen. Wir müssen Betten bauen. Und dann können wir auf Tour gehen. Und, äh, vielleicht ein paar Verteidigungsanlagen mit diesen ollen Sträuchern. So, äh, wie kann ich denn jetzt das Ding hier überspringen? Ähm, hast du mir das schon gesagt? Warte, ich guck. Äh. Äh, wofür? Warte, 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 warte. Warte mal, drei zu... Drei? Meinst du drei zur selben Zeit, oder? Okay, und was bringt das? Und wie kann ich diese Sequenz überspringen? Was hast du mir schon gesagt? Habe ich nicht gesehen. Wo hast du mir das denn gesagt? Finde ich nicht. Sag es mir nochmal. Wie kann ich diese Sequenz überspringen? Das nervt nämlich mit. Auch nicht. Keine Ahnung. Ach, geht doch nicht. Okay. So, nochmal paaren. Schön, mit Ansiedlung. Das ist gut. Ja, aber was bringt das denn, wenn die alle gleichzeitig gebären? Achso. Ach, das spart Zeit. Achso. Ach, jetzt habe ich das kapiert. Warte, ich bin schon wieder unterbelichtet. Entschuldigung. Jetzt habe ich das kapiert. Das spart Zeit, weil dann sieht man, für drei Kinder die Sequenz nur einmal sind. Richtig? Richtig? Ich bin doch gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Nur manchmal ein bisschen zurückgeblieben. Ja. Das muss man... Muss mir sowas direkt sagen. Ich raff sowas manchmal nicht. Oder ich verstehe dann den Zusammenhang gerade nicht. Ähm. Schwierig. Bei mir auf jeden Fall. Bin immer so ein bisschen komisch. So, jetzt haben wir zwei Kinder. Das ist gut. Das Paar bleibt auch so. Und dann, äh... Schlafen wir jetzt gleich eine Runde und dann ist, äh... Schluss mit. Ein ganz bisschen älter. Nur ein ganz bisschen älter. Allesfresser. Ihh. Okay. Ich will es noch unbedingt das Feuer entdecken. Ähm. Escape gedrückt halten. Ähm. Welche Taste macht das denn auf dem Controller? Sag mir das doch mal, weil dann kann ich eben nachgucken in der Controllersteuerung, was die Taste macht. Und, äh... Dann kann ich das einmal in der Tastatursteuerung nachschauen. Guck mal, er träumt von... Er träumt von Krokodillederhandtaschen. Na, jetzt penne ich gleich durch und bis zum nächsten Morgen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, wir sind sogar sechs Erwachsene. Das heißt, ich mach dann am nächsten Mal noch ein paar Babys. So, morgen dann noch rum. Einmal, was das Spiel speichert. Jetzt muss ich noch essen und trinken, weil sonst ist gleich richtig Arsch. Bevor ich das vergesse beim nächsten Mal. Also B. War B back? Ja, B war back. Gedrückt halten. Okay. Warte mal, ich guck gleich mal. Hallo, hier sind noch Früchte noch alle. Nimm die hoch. Hallo, friss doch mal. Was ist mit dem Affen? Ist aber störrisch. Achso. Äh, warte mal. Ich will doch ein Controller. Die innere Taste. Die linke oder die rechte? Also die mit den drei Streifen oder die mit den zwei Fenstern? Hauen wir noch zu essen. Ich hab' nicht so viel, ne? Diese Blätter, da können wir glaube ich auch futtern, oder? Die waren auch gut. So, wir müssen gleich noch was trinken. Oh, er fliegt einfach den ganzen Baum weg. Gleich ist nix mehr da. So, ich glaub' das reicht. Ich hoffe, der merkt sich das jetzt gleich auch, dass ich hier gesoffen hab. Hangelsstelle haben wir auch. Und dann ist ja nochmal wirklich Schluss. Jaja, mein Jungen. X-Box-Controller. Sieht man das? Ne, ne? Heh, toll. Hier, X-Box. Da, X-Box. Hab' ich natürlich auch am PC. Weil, ich hab' früher oft am PC mit dem Controller gespielt, aber mittlerweile eher Tastatur-Maus. Aber da ist keine Feind-Taste drauf. Sondern, äh, ein Knopf mit zwei Fenstern und einer mit drei Strichen. Verstehst du? Ähm, pass auf, wir gucken mal schnell. Steuerung. Guck, so sieht das nämlich aus hier. Das ist der X-Box-One-Controller, ne? Nicht der 360. Weil, ich kann hier Pause. Ach, hier überspringen, bewegen. Oh, okay. Überspringen, bewegen. Also, diese Doppelfenster-Taste. Hab' ich hier auch überspringen, bewegen. Da. Ach, mit Tab. Klar. Okay. Alles klar, mit Tab. Ähm. Ich mach' mal hier. Erstmal Hauptmenü. Überspringen mit Tab. Ja. Mensch. Steht ja auch. Stand ja auch schon sechsmal da, wenn er irgendwas eingeblendet hat. Überspringen. Ich sag' ja, ich bin ein bisschen, ich bin alt. Tut leid. Gut. Ähm. Ja. Freunde, auf YouTube auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und, äh. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus. Und ich weiß, wie man's ausspricht. Das heißt Ancester. So. Ich hab' nämlich nachgeguckt. So. Auf alle Fälle danke fürs dabei sein. Und tschüss. Tschüss.